Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars News. Heute gibt es ein Pickup. Bereits seit meiner jüngsten Kindheit stehe ich auf diese Fahrzeugklasse. Vermutlich war Colcivas Schuld daran, der in seinem GMC damals über alles sprang, was ihm im Weg stand. Nissan Navara? Kennen wir doch schon. Ein vermeintlich alter Hut. Nicht ganz. Auf der Nutzfahrzeug EAA in Hannover zeigen die Japaner ein ganz besonderes Exemplar des Pickups, den Nissan Navara on Guard. Dieses Nutztier ist für die besonders harten Einsätze im unwegsamen und in uneinsehbaren Gefilden gedacht. Ausgerüstet ist der Navara on Guard nicht nur mit einer auffälligen und meiner Meinung nach sehr gefälligen Optik, sondern auch mit allerhand nützlichem. Doch die Optik steht bei diesem Pickup-Konzept nicht im Mittelpunkt, sondern eher seine lebensrettenden Features. So bietet er etwa eine Kameradrohne, um Live-Bilder von unübersichtlichen Gebieten zu zeigen. Zudem hilft sie bei der Früherkennung drohender Gefahren. Bei Offroad-Fahrten ist der Around-View-Monitor mit seiner 360-Grad-Kamera richtig nützlich. Im Heck befindet sich ein portables Batterie-Paket, das eine zuverlässige, saubere und leise Energiequelle für den Betrieb von Werkzeugen darstellt. Dass die Japaner mit dem Navara on Guard ein brauchbares Konzept auf die Beine gestellt haben, dürfte ohne Zweifel sein. Schließlich kann Nissan auf langjährige Erfahrung im Nutzfahrzeugbau zurückblicken und ist zudem führende Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen. Darunter fallen neben den Pickups auch Leicht-LKW und verschiedene Transporter. Besonderer Clou, Nissan bietet für seine Nutzfahrzeuge eine Garantie von bis zu 160.000 Kilometer. Und schon ganz bald werden wir einen ganz anderen Hersteller sehen, der sich als Basis für seinen eigenen Pickup, den Nissan Navara, ausgesucht hat. Das war's für VoiceOver-Cast News für heute. Habt ihr Fragen, dann ab damit in die Kommentare und wir hören uns im nächsten Video wieder.